Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Ich hätte das sehr gut, wenn Sie Interesse haben. Produkt in der Luft. Produkt wurde transportiert. Hier. Vielen Dank. 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 Um... ... 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 ...... ... ... ... ...... ...... ... 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 Sie haben Besucher und Tiere einem Riesenkorps gesetzt. Gar nicht gut. Untertitelung des ZDF und der ZDF. Das war's für heute. Zum Einsammeln des Produkts 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 Einverstanden. Ich komme gerade zum Produktabholen der Halb. Ich komme mit ihm. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Darauf haben wir hingearbeitet. Lassen wir Sie kämpfen. Wir sollten ab jetzt den nötigen Sicherheitsabstand einhalten. Meine Leute sind in Position und beobachten die Situation. Sie meinen wohl das Gemetzel? Sie glauben an die Natur, Dr. Malcolm. Wir stellen Sie hier nur nach. Nein, Sie manipulieren Sie und niemand weiß, was dabei herauskommen wird. Ich dachte, Sie schätzen das Unbekannte, Dr. Malcolm. Fahren Sie mit dem Test fort. Wer hat das Licht ausgeschaltet? Ich bin der Besitzer. Bei der Präkaufnahme und für Ihre Sicherheit. Sie sind die größte Präkaufnahme. Eine stetige Nachschubanfrage für die Futterstation. Anfrage bestätigt. Lüder Aufgabe hinzu. Lüder Aufgabe heißt es, dass es dem Fluts python wird. Gäste besuchen Sie, diese Spür Excellence gibt. Man, понял. coz sie... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Oh. Bestätige Anfrage für Reparatur-Trupp. Verstanden. Einverstanden. Reagiere auf Reparatur-Anfrage. Kümmere mich um Reparatur. Bestätigt. Anfrage bestätigt. Baut man wohl nicht. Baut man wohl nicht. Baut man wohl nicht. Und aber auch immer wieder. Und bei dieser Bautel ist es nicht so. auch schon. Und das ist das so. Oder wie machen wir das nicht. Aber die Bautel ist es auch. Und da ist es nicht so gut. Ich nehme eine Art Schraube und die Bautel ist es. Untertitelung des ZDF, 2020 Anfragen bestätigt. Anfragen bestätigt. Anfragen bestätigt. Wir beobachten, um unsere Gegner besser zu verstehen. Und ja, diese Dinosaurier sind unsere Kontrahenten. Wir müssen so viel über ihr Verhalten erfahren, wie wir können. So, die haben ja jetzt abfall geschlagen. So, schon verlegt sich ja noch. ... und wenn wir uns ein Produkt einzusammeln. Produkt wird eingesammelt. Ich werde mich überlegen. Ich werde mich überlegen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Füge Aufgabe hinzufügen. Nachschubanfrage bestätigt. Unterwegs um Futterstation zu füllen. Reparatur-Trupp unterwegs. Unterwegs um Futterstation zu füllen. Ausatmen, Futterstation zu füllen. Druck reagiert auf Laboraturanfrage. Druck reagiert auf Laboraturanfrage. Druck reagiert auf Laboraturanfrage. Wir haben früher so gut zusammengearbeitet. Ich dachte, Sie wollen vielleicht noch eine Chance. Machen Sie mit. Druck reagiert auf Laboraturanfrage. Körper. Das kann man hier auf den Inseln auf verschiedenste Weise interpretieren. Ich rede von den lebendigen Körpern im Park. Verstanden? Wir könnten auch Köpfe sagen. Aber das ist wahrscheinlich nicht besser. Besucher zahlen also. Anfrage bestätigt. Wir sind dabei. Cool. Cool. Okay. Beginnen wir von vorne. Neue Dinos. Ausbrüten. Schlüpfen lassen. Und... Hey, hört alle her. Wir machen eine Show. Ein Spektakel, das sich über hunderte Millionen Jahre erstreckt. Sorry, ihr überlebt's vielleicht nicht. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's.